meine damen und herren der neue polo die nächste stufe der erfolgsgeschichte 45 jahre sechs generationen 18 millionen gebaute autos der polo ist einfach der volkswagen in seinem segment jetzt kommt der neue polo digital und connected innovativ und intelligent wie kein polo zuvor sehen sie selbst 18 millionen verkaufte polo bisher die neue generation unser neues familienmitglied steht in den startlöchern schöner als je zuvor umfangreiche serienausstattung neue angebotsstruktur komplett digitales cockpit denn der polo der geht natürlich mit der zeit viel spaß damit ich freue mich wenn wir weiterhin viele herzen und köpfe unserer kundinnen und kunden gewinnen der neue polo kommt mit einer vielzahl digitaler dienste app connect und wireless charging das infotainment system im eb 3.1 functions on demand und wie services sind nur einige beispiele dafür wir sind sehr stolz mit dem neuen polo das auto hat sehr coole proportionen das ist ein traum für jeden designer kürzer überhang vorne und hinten langen radstand schnellere a-säule dynamische c-säule kompakte kabine und sehr viele skulpturen auf der seite und das ziel war schon vorne ein effektives dynamisches maskulin design zu machen wir haben das geschafft natürlich vorne indem wir den scheinwerfer mit dem grill verbunden haben macht das auto deutlich breiter und einfach zu erkennen aber mein lieblingsteil war am hack wir haben natürlich diese zweiteilig rückleute und das macht das auto deutlich breiter und auch wertvoller der neue polo ist hochintelligent mit icodrive bringt der technologien in sein segment die es bislang nur in höheren fahrzeugklassen gab innovative assistenzsysteme die fahrsicherheit und komfort auf ein neues niveau heben ein beispiel ist der neue travel assist er unterstützt den fahrer bis tempo 210 hält abstand zum vordermann sowie zur seite dazu gehört die prädiktive geschwindigkeitsregelung prädiktiv heißt vorausschauend der polo weiß wie es hinter der kurve weitergeht kommt ein ortseingangsschild etc dann reduziert er eigenständig die geschwindigkeit oder gibt empfehlungen für maximal effizientes fahren ein novum in der polo klasse und ein echtes highlight übrigens auch der center airbag der ist ein echtes plus an passiver sicherheit die front des neuen polo ist nicht nur dynamisch und kraftvoll sie liefert auch intelligentes licht wir bieten für den neuen polo die iq lite led matrix scheinwerfer mit dynamic light assist das bedeutet das led fernlicht blendet punktuell ab sobald gegenverkehr erkannt wird der polo fahrer aber behält weiter den weitblick dem sicherheit gibt der neue polo ist digital und vernetzt schon sein cockpit ist 100 prozent digital mit zwei displays und touchbedienung das sieht nicht nur super aus sondern bietet auch zusätzliche informationsebenen beispielsweise zu unseren innovativen assistenzsystemen der neue polo ist always connected und verbindet sich kabellos mit dem handy we connect online dienste oder music streaming sind im polo jederzeit selbstverständlich der neue polo ist ein echter volkswagen denn er bietet hohen gegenwert fürs geld wir haben uns intensiv angeschaut was unsere kunden von einem polo erwarten deshalb haben wir ihn richtig aufgewertet und die angebotsstruktur deutlich vereinfacht das digitale cockpit und die led scheinwerfer gehören beispielsweise zur deutlich verbesserten serienausstattung der neue polo erst jung und erst frisch wie die neuen farben zb das vibrant violet metallic gerade am abend oder in diffusem licht wird es richtig richtig cool mit der airline setzen wir noch eins oben drauf sie ist kraftvoll sie ist dynamisch und hat einen unverwechselbaren sportlichen auftritt die airline und die neuen räder dazu wirken richtig richtig cool so so Volkswagen